Unser neuer Teppich ist der Knaller, Leute. Ich sage es euch, der löst einfach alle meine Probleme. Die Teppiche von Tilpana bestehen aus zwei Parts. Einer rutschfesten Matte, die wie eine Art Klettverschluss funktioniert. Und da oben drauf kommt dann das Design. Dadurch ist der obere Part schön dünn und kann gewaschen werden. Also in einer ganz normalen Hauswaschmaschine. Das Design ist außerdem wasserundurchlässig. Ich liebe es einfach, weil Produkte praktisch und schön sind und wie schön sieht der aus.